so willkommen zur letzten folge in dieser session von minecraft zum glück haben wir jetzt noch nicht alles mit zählen so weit zugepflastert sondern können jetzt noch austauschen ich finde tatsächlich die mauer irgendwie besser die mauer muss weg nach schweißer So, dann könnte ich hier nämlich auch schon wieder, hoffen das jetzt ein bisschen doof aussieht. Theoretisch könnte man hier auch im bloßen Lager vorher hinsetzen. Aber hier können wir dann schon wieder alles austauschen. Ähm, ja dann hole ich da mal so ein Ding drin, was soll jetzt? Zack, zack. Nun gut. Das blöde ist, dass wir jetzt die Zäune wieder wegnehmen müssen. Das sieht auch ein bisschen komisch aus, aber na gut. Okay. 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 Und dann deutlich wie das. hey glauben ich wieder blöcke so okay theoretisch könnte ich das jetzt hier weitermachen scheiße auch schweine habt okay das mitnehmen okay okay Eins, zwei, drei Eins, zwei, drei Eins, zwei, drei Eins, zwei, drei ok machen wir weiter mit der mauer hier den block hat vielleicht mal mitnehmen 57 58 59 60 61 62 63 64 stack voll und abmarsch ich denke ich hörte ich hoffe der bewegt sich nicht haben wir noch mal die zwei wo ich erstmal hier mit drin und an der sieht brauchen wir noch eigentlich für ich noch kurz warten wollen bis die öfen aus sind damit wir nachlegen können aber was soll es eigentlich könnten wir durch zwei neue lagerfeuer machen für diese stellen da sehen sand hammer hatte da holz bruchte war und stücker was das denn schmiedetisch daraus kriege ich achte die müssten schon reichen wir waren das noch mal 1 2 3 1 2 2 klopp so rum 1 2 3 2 mal sehen sand hier cool dann kann ich eigentlich auch gleich eine neue spitze drücke noch machen wo ich nur den stein jetzt sie lassen zwei maturit hey wo euch denn ich hab doch stein gehabt bin ich jetzt total bescheuert oder wird die leichter noch nicht aufgebraucht oder oder ist die hier drinnen wir hatten zwar ein stick beim sand aber ich hatte doch noch was übrig oder nicht da 1 2 3 so jetzt ist fast wieder alles schon aus da kommen wird fertig denke so vier eimer 1 2 3 4 1 2 3 und 4 und tschüss ach so die lagerfeuer gleich mal hinsetzen hier kommt genau nämlich eins in die schöne ecke hier zack frame rate nein nicht jetzt leck mich doch gut so okay wenn es jetzt wieder geht wäre schön ansonsten können wir die lava arbeiten so auf die art und weise voll vergessen nicht bewegt leckung würde sagen bis gleich so scheinbar hat sie es wieder beruhigt testen wir mal kurz alles eu glaube ich diesmal richtig okay fertig bist bist toll als verbrennt scheiße scheiße nein nein wir waren bei fast level 50 wie viele will ich schon durch so verloren habe jetzt extra die bude gerannt damit nichts irgendwie vielleicht die lava fällt vielleicht doch nicht so schlau und ich finde es ein bisschen assi muss ich sagen das mit sich etwas in die lavarin gefallen oder soweit wie das hier verteilt wurde sieht relativ voll aus das inventar ich finde es ein bisschen assi dass eigentlich kann ich das ja wegnehmen wenn man jetzt lagerfeuer hinsetzen kann aber gut dass man egal welches level man hatte oder bzw ich glaube ab level 30 ist es so dass man immer nur 7 level zurück bekommt finde ich ein bisschen scheiße na nicht schon wieder 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 So, zack, meine Mauern sind auch noch da, dann sollten wir uns auch mal eine Schaufel holen und den Seelen-Sand hier wegräumen. So, zack, 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 zack. Äh, spackt er schon wieder ab. Na gut, dann würde ich sagen, auf noch ein Häuschen. Spitze bedanke mich. Bis denn her.